Ich bin nicht mehr schутzt, ich bin nicht mehr schутzt. Ich bin nicht mehr schädlich. Ich bin nicht mehr schädlich. Scheiße! Ich glaub, du brauchst ne Bluttransfusion. Was zum Teufel machst du hier? Du erinnerst dich an mich? Welch Kompliment? Ich kenne so ein Nasenbluten. Du kannst weglaufen oder mir folgen und Antworten bekommen. Deine Wahl.